ja hallo zurück liebe freunde befinden uns jetzt wieder bei body pilgrim im ersten zwischenlevel mit dem namen rong de wu nachdem wir im ersten teil ich sage mal durch den wald gewandert sind und erfahren dass wir unsere hauptfigur der wir hier spielen seine frau gestorben ist an krebs und er hat probleme dass er seine tochter groß zu ziehen sind wir jetzt hier irgendwo gelandet wo auch immer und ich vermute mal es ist ein rückblick von ihm wo er wohl seine frau kennengelernt hat oder ähnliches lassen wir uns überraschen und fang einfach mal an ich wünsche viel spaß ah ja ich erinnere mich an diesen abend meine frau hinterließe eine nachricht für mich bei einer unserer freunde denn dennis kaffee arbeitete haha sie hat immer spaß an ihren kleinen spielchen wir waren immer gerne in diesem stadtteil fand viele gute freunde hatten viele gröss essen aber leider gibt es auch noch andere erinnerungen die ich mich diesem ort verbinden das klingt ja nicht ganz so toll aber auch hier die grafik wieder total schön gemacht wie ich finde vor allem passend zu weihnachten schön geschmückt die frage ist nur wo müssen wir hier wird es bekommen was geben wie es aussieht ich glaube nicht dass er hier durch geht ohne bierliste klingt immer gut aber ich glaube hier sind wir falsch oder geht er hier rein nein ok es hätte ja klappen können schwere stühle kann nicht verschieben na gut dann schauen wir mal weiter irgendwo hin müssen wir ja kommen also die grafik gefällt mir wirklich richtig gut muss ich sagen dafür dass ein recht unkanntes label ist muss ich sagen habe ich schon von bedeutend größeren level echt schlechtere qualität gesehen aber ich vermute hier sind wir auch wieder falsch okay dann stimmt wieder nicht nein ja mal keine leitern steigen dennis kaffee dann trink doch mal einen kaffee die nachricht lautet liebster treffe ich bei odois um halb sieben oder eine kleinigkeit auf dem weg emily sagte sie hat kiri auf dem spielplatz vergessen du weißt wie sie schmollt und ihr kaninchen oje aber darüber sollte ich wohl nicht urteilen ich war ja auch dafür bekannt ab und zu etwas nachlässig zu sein ja gut das liegt wohl dann für das menschen ok jetzt haben wir zumindest schon mal einen hinweis wo wir hin müssen also müssen wir auf dem spielplatz und dann ins café da drüben ich glaube da wo wir gerade waren müssen wir am ende dann aber erstmal einen spielplatz suchen der kann ja theoretisch nur hier hinten irgendwo sein was interessantes dann nicht ein hase um spielplatz na gut das spielplatz sehr schön hat irgendwas von seinen hilfen nicht aber wo ist der ja da so ich habe gesehen da ist er doch komm mit genau eine aufgabe leidigt nächster stopp odois ich bin eben gespannt ob man jetzt mal irgendwo menschen sieht denn im ersten teil war ja nur leere häuser sonst gar nichts zu sehen außer ein paar schweine und ein paar vögel war ja sonst nichts wirklich zu sehen ah die aromen in diesem viertel der köstlichen duft von eben gerütteten kaffeebohnen frisch gestillten kuchen und allerlei socken schokoladiger leckereien wahrlich ein paradies für gastronomen oh jetzt kriege ich ein bocker vom kaffee dankeschön den werde ich mir dann gönnen wir ein zusammendes level geschafft haben den haben wir uns dann wohl verdient so war das jetzt hier wo wir hin müssen ich glaube schon oder das ist nicht so toll was steht da dran das letzte mal war mir kassandra sie hier nicht nachzutreffen um mir zu sagen dass sie schwanger sei ich frage mich welche neue scan nur diesmal gibt ok das war schon die erste zwischensequenz dann würde ich sagen machen wir doch mal einen cut und wir sehen uns morgen zum zweiten kapitel bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne zeit habt ein paar schöne stunden und ich würde mich freuen wenn ihr morgen wieder reinschalten würdet oder mich dabei abonnieren wie ihr gerne möchtet also bis morgen tschüss zusammen bei 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 bei